Hallo und herzlich willkommen hier zu Dootouts, zurück hier mit Link. Moin da. Habe ich vorher schon mal zurück gesagt? Zurück, zurück. Ich sollte eigentlich immer hinten einen draufhauen, habe ich gehört. Ich habe jetzt die erste Folge gelesen, warum kriegst du eigentlich da so einen Effekt, wenn ich dich haue? Weiß ich auch nicht, ich habe hier auch noch nichts verstanden. Ich weiß immer noch nicht, ob es von einem Schwert, ne, ich glaube nicht, es ist von einem Schwert. Ich habe dich mit der bloßen Hand geschlagen. Äh, schlag das mal jetzt nochmal. Ja, das sind meine Schuhe. Was machen die denn? Die haben Furious 1 Kriegs Strength, wenn mich irgendwas hittet. Achso. Ja, hatten wir jetzt eigentlich alles schon hier rüber gebaut, oder fehlte noch was? Ich bin mir gerade unsicher. Ach, jetzt bin ich noch einmal falsch rumgelaufen. Und ich kann nicht mehr reinnehmen. Hast du mal nach den Türen jetzt funktioniert, die Türen jetzt soweit hier, ne? Äh, die Türen funktioniert. Ich muss ja hinten raus. Äh, ich mache jetzt ganz einfach. Abel weg. Wieder was reinlegen, was ich da ausnehme. Die Smeltring müssen wir auch hier rüber bauen, ne? Theoretisch. Äh, wenn wir das brauchen, würde ich noch? Weiß ich nicht. Ich habe es mal, ich bin vom ME weggenommen, ich habe das Kabel gemacht, damit es nicht ganz sehr voll läuft. Wollten wir eigentlich alles in einen Turm einbauen, oder wollten wir hier die Stadt noch mal drumherum was bauen, oder? Äh, schon drumherum, ich möchte nur hier in dem Turm, so, die Hauptmaschinen, ME, sonst was alles, auf einem Punkt, dass ich mich die ganze schönen Häusern her springen muss, weil ich noch was brauche. Ja, dann bauen wir das draußen, die Wege, dann müssen wir uns mal belegen, wie wir die Wege bauen, damit wir sind alles miteinander verbinden können. Oder willst du heute eine Maschine bauen, das kann natürlich auch sein, dass du was machen willst, ich weiß es nicht. Leute, warte mal. Ah, what? Da wollte man, in welche Richtung kommt denn die zweite Stadt hier drüben, in den Berg haben wir gesagt, ne? Ja, hinterm Berg. Hier sind die, ach so, hier ist ja die Ecke hier komplett. Hinter den Bergen, hinter den Bergen, ich muss mal j drücken. Also quasi hinter den Bergen und den Wald, wenn man hier so rüber guckt, da. Zwei Euro. Den nördlichen Ausgang quasi. Äh, ja. Der, der noch hinter Luft schweckt. Genau. Mhm, 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 dann wird das hier der große und da ist unser Anfangsgebiet und da müssen wir rüber bauen. Ja. Äh, wir theoretisch müssen uns halt überlegen. Okay. Äh, okay. Wir haben hier drinnen ja den Bits, da und wir müssen draußen ja auch irgendwie Wege bauen, die wir irgendwie miteinander verbinden. Ich will gerade, dass du so die Wege machen könntest, so, irgendwie so straßenmäßig. Willst du wirklich Straßen oder modernen Straßen? Ja gut, für das hier würden wir modernen Straßen, oder das sind nur Gehwege, weil wir haben keine Autos. Das ist ja nur eine... Ja, da meine ich irgendwie sowas glänzend schwarz ist vielleicht so, ähm... Glänzend schwarz? Ja, wie heißt dieses komische Material? Äh, ne? Na, weißte. Teer. Genau das. Weiß ich nicht. Weiß ich wie Salz. Basalt meinst du? Nein. So ein schwarzes Metall, das ist für... Keine Ahnung. Vielleicht kann ich nicht sein. Ja, also schwarz, aber mit, ähm... Basalt kannst du ja schon genug schwarz herstellen. Ja, aber die sind alle für Pixel, die ich schon... Müssen wir als Textion Pack noch abgeladen mit den Dinger, die ich schon... Schön, bisschen wie Pixel, du hast recht. Textion Pack eigentlich mal abgeladen. Weil, was willst du denn für Material nehmen, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt so? Äh, ich weiß nicht, was gibt's denn an? Was gibt's denn an Blöcken? Äh... Block of Coal. Und einen schwarzen Haar, dann Clayt würde ich einfach nehmen, oder? Ja gut, wir können ja, egal was wir nehmen, wir machen ja eh erst alles aus Cobblestone, ne? Dafür haben wir ja die Paintingmaschinen. Wenn wir das jetzt nicht da haben. Achso, schon mehr Paintingmaschinen. Jetzt, wir müssen uns über teure Blöcke nehmen. Richtig. Wir müssen vielleicht noch ein, zwei, drei mehr Paintingmaschinen bauen, aber es ist egal. Wir können uns richtiges Paintingstudio hier aufbauen. Oh, das wird eine geile Idee. War gut. War die Paintingmaschinen teuer, ich hab hier jetzt mal gebaut, ne? War nicht so teuer. Aber da kann man einfach schneller machen. Da hab ich dann mit langem gebaut. Dann hab ich dann... Was kann man schneller machen? Was kann man schneller machen? War mehr oder ach so, die größte Maschine. Ja, klar kannst du dich schneller machen, aber... Äh... Nicht. Und dann nehmen könnte. Wieso kann ich hier die Paintingmaschine nicht anklicken und sie das rezeptlich dazu? Hä? Vielleicht diesen Dekoblock. Ich klicke die Paintingmaschine an und dann sagt er mir nicht, wie ich das craften kann. Paintingmaschine. Er sagt mir, dass ich damit Blöcke painten kann. Ja, das ist schön. Ach, da ist Crafting. Aber teuer ist es nicht, ne? Toll. Das teuer ist auch an diesen komischen Bachen, die ich da hergestellt habe. Egal, was müssen wir für Upgrades rein? Was kann man da machen? Hältst du das? Bisschen Double Layered kommen wir easy. Der nicht braucht der Enderpern. Ich tue mal schöne Blöcke. Ich kenne das. Äh... Nee, kein nötig. Der Tyrian vielleicht ist der Tor. Braftet, nice. Können auch einfach schwarze Klee nehmen. Wie heißt es mit Dark Lens Oak Vote Planks, ne? Äh, ja. Äh. Nein, haben wir natürlich... Black Quarz Slap. Black Quarz ist in Black Quarz. Äh, wahrscheinlich schwarze Klauz. Nein. Nur so eine Vermutung. Äh, wir können da draus... Äh... Wir machen es aus Empowered White Crystal Blocks. Also wir könnten sowas hier nehmen. Jetzt muss ich gucken, was ist denn da? Ups. Das für die Wege. Also Steine. Tyrion. Woraus macht man das? Äh, vier Eisen und vier Steinen gibt es 32. Ach, wie? Das ist aber teuer. Ja. 31 Blacker aus vier Eisen. Nicht so teuer. Vier Eisen, also... Tyrion. Kann man da schon schüsseln oder ist er schon geschüsselt? Ja, das sind gerade verschiedene Schüsselvarianten, die ich hier herstelle. Tyrion. Ach, war ja nicht für eine Straße. Wo ist denn das Crouching-Exept schon wieder scheiße? Immer den ganz oben links nehmen, in einem Schüsselrezept. Achso. Einfach Stone und vier Eisen oder so. Ja, einfach hier die hier geben. Ich will es damit machen und dann kümmere ich mich noch sehr weh. Aber das ist ja blau. Ja, ich habe gerade blaue geschüttet. Ich habe irgendwas ausprobiert. Mein Schiss ist gleich kaputt. Kannst du auch noch haben. Wohin, im Moment. Ich schieße immer gleich alle 6,20 Uhr, weil sonst wäre es ja so einfach. Ja, hattest du das schon? Das hattest du schon, ne? Das war das hier. Ja, das hattest du schon. 6 Growth Accelerator heißt 6 Flugs. 6 Flugs heißt, äh, 12 Mal das Rezept. Oh, das sieht so gar nicht nach Straße aus. Ja, die hatte ich auch gerade schon. Das kann man ja nicht erkennen, wenn so klein ist. Da muss ich erst mal... Aua, meine Flugs ist kaputt gegangen. Hat er jetzt noch welche geschlüsselt? Aua, meine Spitze hat die geschlüsselt. Nein, ich meine Spitze hat immer einen Schüssel. Ich weiß nicht, Aua, die ist noch ausgestüttet. Und Blox Stripes ist das da. Oder haben wir die schon? Das sind... Der haben wir doch schon. Mein Gott, bin ich zu blöd hier. Ah, komm, jetzt Charged den endlich, danke. Was ist das hier? Mal gucken, was das mal an. Das sieht ja genauso aus. Wo ist der Unterschied? Scheiße. Äh... Das ist der, der ganz hinten steht. Ja, ich hab grad mal geschüsselt, der genau so aussah. Verdammte Kacke. Da ist das Buu gemacht. Tyrion Dent, das war dieser... Den Käfig drumrum. Und das andere wird alles schon wieder zu hell. Ja, oder wir nehmen halt, wie gesagt, hier einfach Clay und machen eine Straße. Dann wird die ganz glatt, oder? Äh, mit Clay? Ja, Clay ist ja nicht komplett glatt. Mach mal Handen-Clay. Hast du Handen-Clay? Äh, ich glaub nicht, aber wir haben keinen netter Kacke mehr. Hihi. Wir brauchen ja nur einen einzigen Handen-Clay. Wobei, das geht doch auch hier, wenn wir die Straße hier ausmachen. Das ist ja dann so ein Weg halt hier. Das ist das erste, was wir hier haben. Die anderen finde ich jetzt nicht so gut. Die muss ich jetzt alle wieder umschüsseln, warte mal. Äh, in Tyrion... Wie hier sind das, glaub ich? Blackscale Plate sind das doch, ne? Blackscale Plate, ja. Und die Umrandung, um wie breit den Weg, das ist dann immer die nächste Frage. Gute Frage. Haben wir eigentlich ein Bett hier irgendwo? Ja. Ja, erstmal nur wieder und darum quatschen, wie rum, wie wir den Weg bauen. Sehr gerade, ne, nicht, oder eher geschwungen, wie hättest du gerne die Wege? Wirst du eher geschwungen machen, gerade nicht. Ja, wobei, in der Stadt hier könnte es gleich gerade machen. Also eigentlich können wir es in der Stadt hier gerade machen. Das ist was, glaube ich, was besser, oder? Ja, eben. Kann man auch aus Treppen craften? Äh... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich dann wieder irgendwie das zerteilen mit irgendwie deinen komischen Steinen. Die gab das, oder? Entweder mit denen, oder vielleicht gibt es einfach eine Säge... Eine Säge wäre geil. Ja, es gibt eine Säge, kannst du die Böcke sägen. Eine halbe, und dann kannst du eine halbe und so ein... Die Diamond Bitsa, oder welches ist das dann? Ja, ich denke mal, dass die Diamond Bitsa ist. Alles klar. Ghostbustig, also einfach Sticks und zwei Diamanten, alles klar, die Crafts, ich meine... Haben wir da auch, haben wir schon da, ne? Diamanten haben wir, glaub ich, immer Ärzte, sind noch sieben Diamanten, haben wir noch. Ärzte, ich muss mal mal ein Pulverizer nachbauen. Äh, wir haben nicht nur Pedenken für mehr Nethercrap. Oh, das ist so was raurig. Das ist dick. Ja, da könnte ich nicht nur in gleichzeitig gießen. Okay, hier ist da einfach ein paar Tiefs gemacht. Nein, so. Wir haben noch 44 Diamanten-Dinger da, äh. Ja, ich weiß, für die Ärzte müssen halt ein Pulverizer machen, damit wir möglichst viel rauskriegen. Jojo, logisch. Äh, ja. So, wenn ich die jetzt hier zerteile. Dann krieg ich die Hälfte noch aus der Hälfte, kann ich die Treppen machen, oder? So, was hab ich da gerade bekommen. Aber ich könnte die Hälfte der Hälften noch mal zerhälften, und zwar so rum. Dann ist es gekommen. Genau, so machen wir das. Irgendwas hier ist es gekommen, was mir so nicht, wenn der Teuer gegeben hat. So. Oh, das war schon mal. Ah, vorne, aber ich meine, da muss man auch mehr Essen, wir brauchen eine Mop-Farm. Was brauchen wir? Eine Mop-Farm. Ah, stimmt. Wollen wir nicht auch noch machen, eine Mop-Farm, sondern machen wir es, ne? Ja, für genug Essenzen, damit ich endlich nur von den Pflanzen, der man machen kann, dann. Ja, wir sollen mal so eine Mop-Farm kümmern, beziehungsweise wo machen wir die hin, ist dann die nächste Frage. Die würde ich in extra haustürotisch bauen, zum Beispiel, weil die so laut ist, und das passt am besten eigentlich. Machst du sowas, weil das muss ich ja nicht hin an die Mop-Farm, man kann ja alleine laufen. Hä, wieso kann ich diese Scheiß-Blöcke nicht da platzieren, wo ich das will? Das ist so kacke. Die Hälfte? Die Viertel, äh, ja, die Viertelblöcke. Normalerweise müsstest du die überall hin platzieren können, ich versuche mal ducken. Habe ich schon. Oh Gott, die kann man aber auch, die kann man so genau platzieren, ach so scheiße. Wenn du dich nicht ducken kannst, du normalerweise normal platzieren. Ne, platziert ist ein drüber. Ach so scheiße, ne, ist egal. Ich sag's endlich. Was, was ist das jetzt mit dem Opfer, wo willst du die hinbauen? Die würde ich zum Beispiel ein extra Haus bauen, weil da muss man ja nicht hin. Das ist ja keine Maschinen, wo ich die ganze Zeit hin muss, ich kann ja von alleine laufen, muss dann nicht jemand. Aber es soll ein Haus geben, soll es nicht unter ihr oder sonst irgendwas bauen, ne? Ich würde es schon oberhörig bauen, damit ich auch zum Stadt vollkriegen. Ja, das ist auch wieder recht. Wie kannst du jetzt nicht, das funktioniert doch. Ja, haha. Was willst du mal machen? Ja, okay, geh mal ein, ja. Klar, hier. Hinter dir. Und dann musst du auch genau treffen, sonst hast du so einen daneben gesetzt. Also natürlich geht's, aber... Ah, das ist ja nicht schlecht, dass man die so platzieren kann, aber ein bisschen nervig, wenn ich so platzieren will. Richtig, aber es ist egal. Also, ja, wie willst du immer von morgen, eckig rund, was... Äh... Da würde ich kurz erst holen und dann am besten mit einem Mob-Attractor, das sei nicht das einfachste. Mob-was? Mob-Attractor, das habe ich einen falsch gebaut. Ne, wie hieß der? Irgendwas mit Obelisk. Obelisk. Attractor Obelisk. Was? Der zieht einfach... Das ist von Ender, äh, auf dem... Das ist einfach nur ein Block, auf dem laufen alle Mops zu. Achso, ja, das geht natürlich auch. Ich dachte jetzt mit Minislatoren, aber gut, wenn du so einen Block bauen kannst, wo alle auch zu... Das ist viel einfacher halt. Braucht halt nur einen Emerald und einen Villager. Aber ich habe einen Dorf gefunden, den das letzte Mal, als ich die Meteoriten gesucht habe. Ja, Emerald Hamburg. Dann ist ja praktisch egal, wie groß wir einen Raum bauen, dann brauchst du gar nicht so ein großes Gebäude bauen, ne? Der hat eine Max-Range, aber die kannst du auch erhöhen mit den... ...den Capacitoren. Ich weiß gerade die Max-Range nicht. Na, ich auch nicht. Ach, kann ich aus der Schippe gewahrt. So, braucht es viel Graf. Ich habe jetzt ein Schippe gewohnt, weil ich zwar wahnsinnig schnell will, und zwar eine Holzschippe und die Samuskratte hatte. Ja, wie ist das? Sehr schnell mit unterwegs. Äh, warte mal. Wollte ich nicht, ich wollte nicht. So. Oh, leck. Oh, nee. Ich glaube, ich habe jetzt auf die Straße weiße Randsteine. Ja, irgendwie sowas hätte ich machen. Ja, aber obendrauf halt, das ist ja nicht daneben, sondern obendrauf so so halbe Steine obendrauf oder sowas. An den Seiten. Achso, und dann ein Steinweg oder sowas daneben oder irgendwie sowas, oder? Du willst keinen Weg mehr daneben. Was? Weg daneben? Ja, wir müssen richtige Straßen mit Geweg dann auch machen, oder nur im Gegens. Nun gehen wir weg, weil ich fahre keine Autos. Das ist ja, wir sind ja hochtechnologisiert, wir machen ja nichts mehr mit Autos. Das ist doch logisch, oder? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.